Was ist die Veränderung von Dietrich Bonhoeffers? Jemand, der etwas aufgenommen hat vom Geist Dietrich Bonhoeffers, kann sich nicht damit begnügen, dass alles so bleibt, wie es ist. Denn auch und gerade für die Kirche gilt, dass sie sich auch dann verändert, wenn niemand die Veränderung gestaltet. Nur die Frage ist, wohin verändert sie sich dann?